Das ist das wirklich hier mit kein Ding. Das ist wirklich der Punkt. Ja, den Punkt wirklich zu erkennen, für sich selber zu erkennen, was ist mein Punkt, wer bin ich? Jetzt fängt wirklich an, da zu verstehen, was habe ich gelernt in dieser Schule des Lebens, in dieser Lebenslektion, die unser Bewusstsein steuern. Wirklich das Leben zu verstehen und zu verstehen, was das Leben steuert, was uns steuert, wie ich mein Leben steuern kann. Und dahingehend, dass ich wirklich auch verstehe, wer bin ich und was möchte ich wirklich? Das ist wirklich der Sinn meines Lebens, meines Daseins. Das zu verstehen, wirklich, man kann das verstehen, wenn man wirklich anfängt andere Menschen zu verstehen. Vor allen Dingen schwierige Menschen, wenn man wirklich die erkennen lernt, deren Natur. Und worüber wir uns beschweren mit anderen, ist eigentlich nur eine Reflexion von unserer eigenen Uneinsicht. Ja, wir wollen nicht hören. Wir wollen nur hören, was wir hören wollen. Wie gesagt, das zu lernen, das Erkennen zu lernen, und wirklich die Wahrheit zu hören, das ist auch wirklich wirklich kein Ding. Ja, die besten Dinge im Leben, ja. Check it out. Ja. Ja. Ja.